Herzlich willkommen beim Kurs Gratis Online Lernen auf der Plattform eMorgs. Dies ist das erste Video des Kurses, in dem wir Ihnen vorstellen möchten, was beim Kurs passiert. Das hier sind schon einmal drei der Köpfe, die hinter diesem Kursangebot stecken. Sandra Schön und Martin Ebner erforschen, wie man gut mit dem Internet lernt. Roland Radlinger produziert die im Kurs angebotenen Videos. Sie alle finden es toll, dass es schon heute so viele kostenfreie Angebote gibt. Und in diesem Kurs geht es genau darum. Zusammen mit einigen anderen haben die beiden diesen Kurs mit dem Titel Gratis Online Lernen entwickelt. Der Kurs findet dabei im Internet statt und die Teilnahme am Kurs kostet Sie nichts. Und es gibt auch keine Teilnahmebeschränkungen. Zuerst möchten wir Ihnen einen Überblick über den Kurs geben. Der Kurs Gratis Online Lernen besteht aus neun Einheiten. Dies ist das Video der ersten Einheit, die Begrüßung. Und schon in der nächsten, der zweiten Einheit, dreht es sich um das Thema Selberlernen. Alleine lernen und sich dabei selber Lernziele zu setzen und Lernmaterialien zu suchen, ist ja nicht einfach. In der dritten Einheit stellen wir erste Webseiten zum Selberlernen im Internet vor. Im vierten Teil gibt es dann viele Tipps, wie man die richtigen Lernangebote findet. Denn wir sind uns sicher, Sie als Teilnehmerin oder Teilnehmer haben ganz unterschiedliche Lerninteressen. In der fünften Einheit geht es darum, auf was Sie bei kostenfreien Angeboten achten müssen. In der sechsten Einheit sind Sie dann gefragt. Welche Lernangebote im Web finden Sie interessant? Und weil es doch mehr Spaß macht, gemeinsam mit anderen zu lernen, dreht sich die siebte Einheit um das Lernen mit anderen. Und wir wissen, dass viele von Ihnen nicht nur etwas lernen wollen, sondern auch anderen zeigen möchten, was sie können oder wissen. Daher zeigen wir in der achten Einheit, wie Sie anderen beim Lernen helfen können. Ausgestattet mit viel Wissen über das Gratis-Online-Lernen werden wir in der neunten und letzten Einheit über Ihre Pläne sprechen. Und spätestens dann sind Sie startklar für dasselbe Lernen im und mit dem Internet. Gefällt Ihnen das Programm? Wir möchten Ihnen nun auch vorstellen, was wir Ihnen beim Kurs bieten. Zu jeder Einheit gehört ein Video. So eines wie dieses. Damit Sie sich mit anderen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen können, gibt es das Diskussionsforum. Dann stellen wir zusätzlich Arbeitsblätter bzw. ein Arbeitsheft zum Ausdrucken zur Verfügung. Darin befinden sich Vertiefungs- und Übungsaufgaben. Und zu jeder Einheit gehört ein Quiz, welches Sie einige Male wiederholen können und erfahren, wo Sie eventuell falsch liegen. Und wenn Sie möchten und die Bedingungen dafür erfüllen, erhalten Sie auch eine Teilnahmebescheinigung. Und das Ganze ist für Sie kostenfrei. Was wir Ihnen leider nicht anbieten können, ist eine Einzelbetreuung oder intensive Moderation im Diskussionsforum. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass es immer wieder andere Lernende oder auch Weiterbildungseinrichtungen gibt, die parallel zu solchen Kursen, Treffen oder andere Angebote anbieten. Wir freuen uns über diese Unterstützung und freuen uns, wenn dazu eine Nachricht im Diskussionsforum erfolgt. Vielen Dank, wenn Sie also den Kurs auf diese Art und Weise unterstützen. Wenn Sie mitmachen wollen, sollten Sie einfach jede Einheit mit uns bearbeiten. Zu jeder Einheit gibt es zunächst ein einführendes Video. Danach bekommen Sie zum Video ergänzende Arbeitsunterlagen. Wir haben diese so gestaltet, dass Sie diese am besten ausdrucken sollten. Zu jeder Einheit gehört auch eine neue Aufgabe für das Diskussionsforum. In dieser ersten Einheit freuen wir uns beispielsweise darüber, wenn Sie sich dort den anderen Kursteilnehmern vorstellen. Und wenn Sie das Gefühl haben, die Einheit ausreichend bearbeitet zu haben, dann ist es Zeit für das Quiz. Keine Angst, Sie können das Quiz öfter durchführen und zwar bis zu fünf Mal. Und Sie erhalten auch Hinweise auf die richtige Antwort. Das Quiz soll zum einen für Übung sorgen und zum anderen natürlich auch eine Rückmeldung geben, ob Sie das Wichtigste können. Der Kurs wurde übrigens so gestaltet, dass Sie etwa zwei Stunden pro Einheit aufbringen sollten. Dies hängt natürlich auch damit zusammen, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Die Arbeitsunterlagen, das sind die Arbeitsblätter, die Sie sich selber ausdrucken können. Diese erhalten Sie jede Woche zu jeder Einheit oder auch gleich am Stück. Das ist besonders hilfreich für alle, die selbst keinen Drucker haben. Bitte laden Sie sich dazu die PDF-Datei herunter und drucken Sie die Seiten einfach beim nächsten Copyshop aus. Alternativ erhalten Sie das gedruckte Arbeitsheft bei einer Ausgabestelle in Ihrer Nähe. Welche es gibt, erfahren Sie auf den Kursseiten. Wichtig ist, Sie müssen gar nichts machen. Alles, was Sie im Rahmen des Kurses machen, machen Sie freiwillig und für sich. Sie lernen, wann Sie wollen, wo Sie wollen und wie viel Sie wollen. Eine Kursbescheinigung erhalten Sie als Teilnehmende, wenn Sie bei Emox registriert sind und alle Quizze erfolgreich abgelegt haben. Erfolgreich heißt mehr als die Hälfte aller Fragen, je Quiz richtig beantwortet zu haben. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Zeitraum oder mit wie vielen Wiederholungen Sie den Test abgeschlossen haben. Nur dürfen Sie ihn nicht öfter als fünfmal wiederholen. Falls das doch passiert, hilft nur ein Trick weiter. Sie müssen sich neu anmelden und den Kurs von vorne beginnen. Und hiermit ist das erste Video zum Kurs Gratis Online Lernen auch schon am Ende angelangt. Wir möchten Sie nun bitten, erstmals die Arbeitsunterlagen auszudrucken. Dort finden Sie für diese erste Einheit weitere Informationen und Materialien. Und im Diskussionsforum können Sie Vorstellungen von anderen Kursteilnehmern finden. Und vielleicht möchten Sie sich nun auch selbst vorstellen. Probieren Sie es einfach aus und schreiben Sie Ihre erste Nachricht. Und natürlich gibt es auch bei dieser ersten Einheit ein Quiz. Danach können Sie sicher sein, das Wichtigste verstanden zu haben. Oder Sie können aber im Diskussionsforum offene Fragen stellen oder noch einmal etwas in Ruhe nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.